Hallo Leute was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Ronald und heute mache ich mal ein Brawl Stars Video. Ich habe eine Instagram Nachricht bekommen und mich hat eine Person gefragt ob ich mal ein Brawl Stars Video machen kann. Und ich dachte mir einfach mal, ich mache einfach mal wieder ein Brawl Stars Video, da ich seit 3 Wochen gar kein Video hochgeladen habe. Und schaut auf jeden Fall bei meinem Hauptkanal vorbei, Link in der Videobeschreibung. Und schaut auf jeden Fall bei Brawl Breeze vorbei, er ist neu auf YouTube und das ist mein Cousin. Wenn ihr wollt könnt ihr den Abonnieren, Link auch in der Videobeschreibung. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt diese 3 Kisten kaputt. Und wie gesagt Leute, man konnte auf jeden Fall gestern Jackie beim Shop kriegen durch eine Box. Und ich habe jetzt auf jeden Fall Jackie gezogen. Geil, auf jeden Fall dieser Brawl Stars. Und dort ist ein Brawl Stars. Komm, komm. Oh mein Gott, der will wegrennen. Nein, nein. Komm, 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 komm. Okay, geil. Der ist einfach durch dieses Teil gestorben, Alter. Was, was ein Ehre, Mann, Digga. Okay. Komm, nimm, nimm. So. Dort da oben ist noch eins. Dort da oben ist noch eins. Komm, nimm. Da ist ein El Primo, Digga. Komm, komm, bitte kill mich nicht. Ich habe keine Lust auf... Ich habe keine Lust zu sterben. Hä, wo ist der denn? Hä, wo ist der El Primo? Achso, der ist rausgegangen. Nur noch drei Gegner. Oder besser gesagt zwei, glaube ich. Nein, nein, nein. Bitte kill mich nicht. Oder doch, doch. Komm, ich kill ihn einfach. Ich kill ihn einfach. Aber Junge, der rennt die ganze Zeit weg. Komm, bleib doch einfach hier. Ja, okay. Egal. Ich habe ihn jetzt. Nur noch der El Primo. Dann haben wir es, glaube ich, auch geschafft. So. Wo... El Primo, wo bist du denn? Wo ist der, Junge? Wo bleibt... Wo kämpft er oder was macht der? Ah, da ist er. Achso. Aber bewegt er nicht. Der bewegt sich kaum. Komm, komm. Okay, geil. Junge, hau ihn schon ab. Nein, der haut ab. Der blau. Ja, geil. Ich habe ihn trotzdem gekriegt. Geil, Leute. Auf jeden Fall. Wir haben direkt erste Runde den Windgeholz. Plus 10 auf jeden Fall. Geil, Freunde. Und ja, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal wieder beim Shop. Ähm, bei der Lobby halt. Und ähm, ja. Jetzt spielen wir einfach mal gleich wieder die nächste Runde. Okay, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir spielen einfach noch eine Runde Solo. Und ähm, welchen Brawler soll ich denn jetzt nehmen? Ähm. Ich nehme einfach Fan. Okay, komm. Jeder gehen will. Okay. Jetzt hat es auf jeden Fall begonnen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das neue Update geil findet. Weil das halt so fußballmäßig jetzt irgendwie gestaltet. Ähm, so. So, da oben ist einer. Und ich habe auf jeden Fall noch gar keins. Komm, komm, bitte. Komm, komm. Ich will noch eins. Ich will noch das andere. Komm, komm. Nein, nein. Bitte da. Geh, bitte lass mich. Bitte da. Geh, geh. Geh einfach, bitte. Nein, das ist eine Jackie. Nein, die hat sich speziell gemacht, Digga. Ich bin so am Arsch. Komm, wir machen das einfach mal kaputt, weil ich ja kann das rutsch. Junge, diese Person folgt mich einfach die ganze Zeit. Und das Internet ist auf jeden Fall mein Bestes. Komm, komm, Junge. Wo ist diese? Nein. Warte, 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 warte. Okay, komm, okay. Oh mein Gott, ich habe ihn noch gekriegt. Oh mein Gott, bitte. Ich will nicht sterben, Digga. Doch, das ist ein Frank. Und die kämpfen zusammen. Komm, komm, ich hätte ihn so easy jetzt einfach holen können. Nein, das kommt. Das kommt wohl. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe es doch gesagt. Ich bin tot. Aber mal gucken, habe ich jetzt Minus oder Plus gemacht? Ich glaube, ich habe Plus gemacht. Ja, auf jeden Fall Plus 5. Und ich würde mal sagen, ja, wir gehen jetzt einfach mal wieder zur Lobby. Auf jeden Fall, Leute, ich glaube, ich nehme doch wieder Jackie, oder? Soll ich Sandy nehmen? Ja, ich glaube, ich nehme einfach Sandy. Ich hoffe, wir werden nicht Minus jetzt mit ihr machen, weil, keine Ahnung, Leute, ich verliere voll oft irgendwie mit Sandy. Und, ähm, ja, auf jeden Fall jetzt. Wir sind hier. So, komm, unten ist eine Kiste. Komm, nehmen wir uns die einfach mal. Nein, bitte geh einfach, bitte geh einfach weg. Komm, kann ich ihn holen? Hey, Junge, wie bin ich gestorben? Junge, ist es dein fucking Ernst, Mann? Jetzt habe ich mich mit zwei gemacht. Junge, direkt mit Sandy verloren. Okay, Leute, ich weiß auf jeden Fall gerade jetzt nicht, wen ich nehmen soll, aber soll ich Jackie nehmen? Ja, okay, ich nehme sie einfach mal. Und wir gehen direkt wieder bei Solo. Schau da. Und, äh, ich hoffe, wir sterben nicht wieder direkt, weil sonst mache ich nur Minuspunkte. Okay, da oben ist auf jeden Fall eine Kiste. Und das Internet ist auf jeden Fall mal wieder sehr gut. Boah, Junge, musst du wirklich hierher? Komm zu mir, geh doch einfach weg. Ha, Pesch, ich habe es als erstes. Okay, komm. Geh einfach weg, geh weg. Da unten sind drei. Aber da ist ein Gegner. Ich würde mal sagen, ich geh einfach weg. Ich renne einfach weg. Also, es kommen tausend Gegner auf einen zu. Wenn man einen tötet, dann ist es immer so. Man wird immer direkt gekillt. Dort ist auch noch einer. Alter. Junge, das hat mir gerade voll das Leben gerettet. Ich wäre fast gestorben. Komm. Die kämpfen auf jeden Fall zusammen. Soll ich mitpushen? Dort pusht einer auf mich. Komm, komm. Nein, 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 bitte nicht. Oh mein Gott, ich wäre fast gestorben, Alter. Aber das Problem ist, jetzt pusht einer auf mich. So, da ist auch noch eine Kiste. Ich glaube, ich mache die jetzt einfach mal auf. Da haben wir noch eine Kiste. Aha, warum habt ihr keine aufgemacht? So, komm. Ich habe auf jeden Fall mein Spezial. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Komm. Aber wo ist jetzt der Gegner? Ah, das sind noch zwei. Ich dachte, es wäre noch einer. Ach, du Scheiße. Aber ich glaube, die kämpfen zusammen. Ich habe jetzt gar keinen Bock zu sterben, Leute. Auf gar keinen. Ich will gar nicht sterben. Komm, komm. Fuck. Ich habe das Gefühl, dass er mich gerade jetzt nimmt. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte stirbt. Bitte stirbt. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Da hat er so wenig Leben, Mann. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall kurz acht jetzt gemacht. Das ist schon mal auf jeden Fall trotzdem gut. Aber wenn wir erste gewonnen haben, da hatten wir noch so wenig Leben gehabt. Mann, das war so knapp gewesen. Wir wären fast erste gewesen. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeinen anderen Brawler. Ich würde mal sagen, ja, ich glaube, wir nehmen einfach Rosa. Ja, ich glaube, wir nehmen einfach Rosa. Hier, komm. Hey, Junge, drück da drauf. Okay. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal wieder in die Runde. Junge, wenn wir jetzt verlieren werden, ich weiß auch nicht weiter. Aber das Ding ist da von vorhin, war so knapp. Ehrlich, jetzt? Da muss genau noch eine Rosa sein. Wirklich jetzt? Im Ernst? Und da muss sie ja mal direkt auf mich pushen, das ist ja klar. Und einer guckt mir zu, man kennt's. Okay, da unten ist einer. Und da... Nee, bei mir ist auch einer. Komm, wir machen den Eifer unten mal, weil er unten ist. Eh, los. Aber dieser eine da, der... Okay, der ist gestorben auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Okay, okay, da ist ein Leon, da ist ein Leon. Der hat mir auf jeden Fall gerade jetzt ziemlich die Ehre genommen. Es leben nur noch drei oder vier, besser gesagt, Gegner. Okay. Komm, komm. Komm. Kenny, doch. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Junge, ernsthaft, Alter. Jetzt sind wir aber dritter Platz, aber egal. Wir haben jetzt plus sechs gemacht. Und wir haben sogar 200 irgendwelche Sterne oder sowas gekriegt. Aber Junge, das war so knapp. Ich, ich, wenn ich dieser Teil einfach genommen hätte, dann hätte ich es überlebt. Okay, wie ihr sehen könnt, habe ich wieder Jackie genommen, weil, keine Ahnung, zurzeit verliere ich gerade mega. Oder ich nehme einfach, ich würde einfach mal sagen, wir nehmen einfach Cold. Ja, okay, komm, wir nehmen einfach Cold. Wenn wir diese Ringe jetzt verdienen, dann nehme ich, glaube ich, wieder Jackie. So. Da unten ist eine Kiste. So. Und da muss ja genau, noch einer kommen, Digga. Und. Ja. Ja, ich sterbe. Immer mit diesem ganz guten Brawler, bei dem ich ganz viel Trophäen habe, sterbe ich immer. Was? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Jetzt habe ich minus vier. Hey, Mann. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir nehmen direkt einen anderen Brawler. Ich glaube, wir nehmen einfach Jackie. Ja, okay, komm, wir nehmen einfach Jackie. Okay, weil wir haben schon direkt erste Runde mit der gewonnen und ich hoffe, wir gewinnen wieder. So. Da ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall oben eine Kiste, aber ich hoffe, dort geht niemand hin. Weil das wäre dann... Oh, da ist noch eine Kiste, aber dort geht jemand hin. Komm, komm. Kill ihn, kill ihn. Ja, hab ihn. Easy peasy. So, dort ist ein Gitarrist und noch jemand anderes. Komm, kill ihn. Komm, kill ihn dort. Komm, komm. Ich dachte gerade, oh mein Gott. Komm, nimm die Kiste. Geil, jetzt haben wir einfach fünf. Okay, du hast noch eine Kiste, aber die eine will die holen, aber ich lasse das auf jeden Fall gar nicht zu. Der ist meine Kiste. Ich habe ja erst gesehen. Ja. Nicht was. Okay, auf jeden Fall, komm, nimm die Kiste jetzt. Also. Komm, jetzt rum. Ah, da ist, da ist er. Komm, komm. Ja, hab ihn. Easy. Jetzt noch drei oder vier Gegner. Aber ich glaube, es sind drei. Okay, okay, hat den einen auch noch. Komm, mach das kaputt. Mach das kaputt. Da pusht wieder einer auf mich und da eine andere auch. Das ist ja ziemlich klar. Tausend Puschen auf einen. Der eine hat ja gar keins. Komm, den holen wir einfach easy. Ah, der eine hat ihn geholt. Komm. Wir holen den Win. Wir holen den Win. Und wir haben den Win geholt. Geil. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Auch wenn es ein bisschen kurz war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich ein paar Mal verloren habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr ja, lasst ein Like da und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Und wie gesagt, abonniert auch Brawl of Breezy. Und schaut bei meinem Hauptkanal vorbei, wie gesagt. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.